Hallo, Gabi-Iribauer-Elder hier. Ich bin Altschülerin der DSJ und habe 1999 meine Matrik geschrieben und habe dann im Jahr 2000 das Abi absolviert. Bin danach an die Hotelfachschule und bin auch seitdem im Hotelfachgewerbe beschäftigt. Arbeite zurzeit in einem Hotel in Senden und wohne mit meinem Mann in Johannesburg. Und wenn ich an meine Zeit an der deutschen Schule zurückdenke, dann habe ich eigentlich nur schöne Erinnerungen, vor allem an die Gemeinschaft und die Freundschaften, die man dort formt, die tollen Lehrkräfte und natürlich auch die deutsche Kultur, die beibehalten wird an der deutschen Schule. Und ich würde jedem, der nach einer schönen Schule für seine Kinder sucht, empfehlen, dass sie sich mal an der deutschen Schule umschaut. Danke, tschüss!